Sie sind in Ihrem Unternehmen für die technische Gebäudeausstattung zuständig? Sie suchen eine Beleuchtungslösung für eine industrielle Umgebung? Da fragen Sie sich nun, warum Evolumo der ideale Partner sein könnte. Wir bei Evolumo sind dabei, seitdem LED-Leuchten für den industriellen Breitenbedarf eingesetzt werden. Von dieser Erfahrung profitieren unsere Kunden. Unser Spezialgebiet ist die Findung von Lösungen für herausfordernde Industrieumgebungen. Faktoren wie Wärme, Verschmutzung oder Vibrationen sind uns nicht fremd. Ebenso profitieren unsere Kunden von möglichen Ersparnissen durch griffere Beleuchtungssteuerungen. Wir sind herstellerunabhängig. Das ermöglicht es uns, verschiedene Produkte namhafter Hersteller zu einer Lösung zu kombinieren. Von uns erhalten Sie ein Beleuchtungskonzept mit aussagefähigen Wirtschaftlichkeitskennziffern. Sie suchen nach einer Lösung, haben aber aktuell nicht das Budget? In fast allen Fällen zeigt der Modernisierungsplan, dass sich die Beleuchtung modernisieren lässt, ohne einen zusätzlichen Euro in die Hand zu nehmen. Wie? Ganz einfach durch die Umschichtung von Strom- und Instandhaltungskosten. Nach wenigen Jahren verfügen Sie dann über zusätzliche liquide Mittel, wenn die Leasingraten entfallen. Aber ob wir auch für Sie der richtige Partner sind, lässt sich nur im persönlichen Gespräch bestimmen. Deshalb laden wir Sie ein, treten Sie mit uns in den Dialog, rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Ihr Volker Mayworm